Der Titel Deutscher Kaiser ist inakzeptabel. Januar 1871, Versailles. Im Spiegelsaal des Schlosses soll das Deutsche Kaiserreich aus der Taufe gehoben werden. Bis zur letzten Minute gibt es keine Einigung im Titelstreit. Steht ein Eklabe vor? Wird der preußische König als Deutscher Kaiser ausgerufen, wie Bismarck es will, oder als Kaiser von Deutschland, wie Wilhelm fordert? Auf ihn kommt es jetzt an. Großherzog Friedrich von Baden. Er findet einen Ausweg. Es lebe seine Majestät, Kaiser Wilhelm. Und er wird sich später doch Deutscher Kaiser nennen, wie es Bismarck wollte. Der Macher der deutschen Einheit. Das entwickelte sich so, sodass man den Eindruck hatte, dass Wilhelm I. praktisch unter Bismarck regieren musste, mehr oder weniger. Aber der entwickelte natürlich eine Eigendynamik, die ja sicherlich, die war ja außerordentlich. Ich glaube, im Vergleich zu den anderen europäischen Mächten hat ein Reichskanzler kaum so eine überragende Rolle gespielt wie Bismarck. Für den Reichsgründer ist das von Preußen geschaffene Deutschland saturiert. Es soll sich künftig selbst genügen. Neben den süddeutschen Staaten gehört nun auch das annektierte Elsass-Lothringen zum Reich. Bismarck spürt die Ängste vor einem übermächtigen Deutschland. Solange er regiert, will er das Erreichte sichern. Doch der aufstrebende Nationalstaat wird unter dem nächsten Hohenzollern-Kaiser nach mehr Macht in der Welt streben. Deutschland, sagt Wilhelm II., stünden herrliche Zeiten bevor. Das Reich erlebt ein Wirtschaftswunder. Um die Wende zum 20. Jahrhundert ist Berlin eine der modernsten Metropolen Europas, die viertgrößte Stadt der Welt. Das Tempo der Hauptstadt, heißt es schon damals, sei atemberaubend. Deutschland glänzt mit technischen und wissenschaftlichen Höchstleistungen. Made in Germany, wird zum Gütesiegel. Die Krupp-Werke in Essen entwickeln sich zum größten Industriegiganten der Welt und zur Waffenschmiede des Kaiserreichs. Beim Wettlauf der Großmächte um Handelsplätze möchte auch der Unternehmer Friedrich Alfred Krupp profitieren. Expansion benötigt allerdings große Mengen an Rohstoffen und neue Märkte. Keine Sorge, Krupp. Wir werden unseren Kolonialbesitz erweitern. Anders als Bismarck will Kaiser Wilhelm II., dass Deutschland Weltmacht wird und ein Kolonialreich errichtet. Doch die Deutschen sind spät dran, die Erde ist weitgehend verteilt. 1898 beginnt Wilhelm mit dem Bau einer Flotte. Doch damit macht sich der Hohenzoller Gegner. England sieht das europäische Gleichgewicht bedroht. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Wilhelm will den Deutschen einen Platz an der Sonne verschaffen, mit Kolonien von Afrika bis in die ferne Südsee. Manche tragen Namen großer Preußen. Wie ein Alleinherrscher gebärdet sich der Kaiser, obwohl es einen Kanzler und ein Parlament gibt. Als Monarch von Gottes Gnaden sieht auch er sich. Doch wo liegen die Gründe für seinen Größenwahn? In der Kindheit? Wilhelm hat von Geburt an einen verkrüppelten Arm. Ein ärztlicher Kunstfehler. Rigorose Behandlungen mit Streckapparat und Elektrotherapie bleiben erfolglos. Die Mutter schämt sich. Die Mutter gab ihm praktisch die Schuld dafür, dass er da als Krüppel geboren worden ist. Wobei der konnte ja nun wirklich nichts dafür. Daraus resultiert sicherlich sein übertriebenes Geltungsbedürfnis und erklärt manches. Forsches militärisches Auftreten, um den Makel zu kaschieren. Man spricht von seiner Majestät Marotte, sechsmal am Tag die Uniform zu wechseln. Und das als Kaiser einer Großmacht. So jemand in einer derart exponierten Position, wie der deutsche Kaiser zu sein. Deutschland war das mächtigste Land Europas. Hatte innerhalb von kürzester Zeit die Engländer auf dem industriellen Gebiet überholt. Und hatte die stärkste Armee. Wenn dann so eine Persönlichkeit an der Spitze steht, mit einem derartigen Einfluss, dann wird es natürlich schon fragwürdig. Und doch sonnen sich viele Bürger im Glanz des Kaisertums, wenn auch nicht alle mitmarschieren. Die Arbeiter wollen mehr Rechte und politische Mitbestimmung. Sozialdemokraten wie Philipp Scheidemann haben sich das auf ihre Fahnen geschrieben, werben um Mitglieder für ihre Arbeiterpartei. Mit den Jahren wird die SPD zur stärksten Kraft im Reichstag. Um die Kolonial- und Rüstungspolitik entbrennt ein heftiger Streit. Im Parlament wettert der Abgeordnete Scheidemann gegen die kaiserliche Außenpolitik. Ich sage, Schluss mit dieser Politik der gesträubten Schnurrbachspitzen. Was wir brauchen, sind Bündnisse mit England und Frankreich, nicht Konfrontation. Doch längst stehen die Zeichen auf Sturm. Wien im Juni 1914. Ein Attentat erschüttert den Vielvölkerstaat der Habsburger. In Sarajevo erschießt ein serbischer Nationalist den österreichischen Thronfolger und seine Frau. Österreich will die Vorherrschaft auf dem Balkan sichern und bittet den deutschen Bündnispartner um Beistand. Wilhelm II. gibt Wien Rückendeckung. Mit den Serben müsse abgerechnet werden, auch wenn dann ein Krieg mit Serbiens Bündnispartner Russland droht. Wilhelm rudert später zurück. Doch eine Mobilmachung folgt der anderen. Europa taumelt in den Krieg und keine Macht verhindert ihn. Die Mehrheit der Bevölkerung ist überzeugt, dass Deutschland nur zur Verteidigung mobil macht. Sie glauben ihrem Kaiser. Der ist von den Militärs getrieben. Für sie ist der Angriff die beste Verteidigung. Sicherlich kann man ihm alleine diese Schuld am Ersten Weltkrieg nicht zuschieben. Die Deutschen wollen den anderen zuvorkommen und greifen an. Der Kaiser hat den Oberbefehl. Er hätte die Möglichkeit gehabt, das meiner Meinung nach zu verhindern. Gerade aus seiner Position heraus. Er war ja der oberste Kriegsherr, der die entsprechende Entscheidungsbefugnis hatte. Und vor dieser Aufgabe ist er meiner Meinung nach gescheitert. Das muss man leider so sagen. Der Kontinent stürzt in den Ersten Vernichtungskrieg der Moderne. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Technischer Fortschritt führt hier zu einem Massensterben. Nach wenigen Wochen schon stockt die deutsche Offensive im Westen. Ein zermürbender Stellungskampf setzt ein. Vier Jahre dauert der Erste Weltkrieg. Fast zehn Millionen Soldaten sterben. Doch Kaiser Wilhelm will nicht wahrhaben, dass auch seine Herrschaft bedroht ist. 1918 bricht die Front im Westen zusammen. Die deutsche Heeresleitung erklärt den Kampf für aussichtslos. Als die Flotte bloß um der Ehrewillen noch einmal auslaufen soll, meutern die Matrosen und fordern die Abdankung des Kaisers. Ich denke nicht daran abzudanken. Doch sie wollen, dass der Kaiser geht und der Krieg beendet wird. Truppen, die den Aufstand niederschlagen sollen, verweigern den Schießbefehl. Es ist der Beginn einer Revolution, die sich wie ein Flächenbrand ausbreitet und den Kaiser im November 1918 zur Abdankung zwingt. In Berlin ruft der Sozialdemokrat Scheidemann die Erste Deutsche Republik aus. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über die Eier hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Das Ende eines Zeitalters. Wenn man an die Geschichte unseres Hauses denkt, dann hat er eine fast 900-jährige Geschichte innerhalb von 30 Jahren Regierungszeit zunichte gemacht. Am Ende waren alle verschwunden. Da waren die Hohenzoller verschwunden, da waren die Habsburger verschwunden. Die ganzen deutschen Fürsten waren verschwunden, mehr oder weniger. Das ist leider so. Das tut einem irgendwie weh, wenn man das über einen Vorfahren sagen muss. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man das wohl so sehen. Hierher zieht sich der gestürzte Kaiser zurück, kauft ein Schlösschen im holländischen Dorn, schottet sich ab von der Außenwelt und sucht die Schuld an seinem Schicksal bei anderen. Dies ist nun der Erfolg, dies der Dank. Alle haben mich im Stich gelassen, für die ich so viel getan habe, schreibt er. Die Sieger wollen Wilhelm als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen, doch die holländische Regierung lehnt die Auslieferung ab. Der Hohenzoller weigert sich, das Ende seines Kaisertums zu akzeptieren, auch nach Jahren noch. Abendliche Gespräche in den Räumen seines kleinen Schlosses drehen sich immer wieder um das eine Thema. Wie komme ich, Wilhelm II., wieder zurück auf den Thron? Und mit wessen Hilfe? Der Kaiser, der wiegte sich in dieser Illusion, dass er dann irgendwann mal in seine ursprüngliche Position zurückkehren könnte. Und da die Nazis ja nun praktisch auf dem Vormarsch waren, hatte das, glaube ich, begierig ergriffen und glaubte, er könnte die benutzen, um dann selber wieder praktisch auf den Thron zu kommen. Aber das war natürlich eine totale Fehleinschätzung. Die Nazis denken nicht daran, Wilhelm wieder auf den Thron zu heben. Hitler ist seit Ende Januar 1933 an der Macht. Nur Wochen später bekundet er beim sogenannten Tag von Potsdam die Verbindung zum Preußentum auf seine Art. Reichspräsident von Hindenburg repräsentiert an diesem Tag das alte Preußen. Selbst Kritiker sind geblendet, als Hitler über der Gruft Friedrichs des Großen die Allianz NS-Deutschlands mit der preußischen Tradition beschwört. Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen, jenen Mut und jene Beharrlichkeit, die wir in diesem für jeden deutschen geheiligten Raum im Mund spüren, als für unseres Volkes Freiheit und röse ringende Menschen zu Füßen der Bares seines größten Königs. Dass die Nazis dieses Preußentum da usurpiert haben, kann man den Preußen nicht in die Schuhe schieben. Das wäre ungerecht. Aber das hat natürlich das Urteil über Preußen sicherlich negativ gefärbt. Wobei, wenn man jetzt die neuere Entwicklung in der Historiografie sieht, dann hat sich das Bild da doch schon erheblich verändert. Wilhelm II. starb 1941. Wie er hatten auch andere Preußen gehofft, verlorene Größe mit Hitlers Hilfe wiederzuerlangen. Das NS-Regime erwies Wilhelm zwar die letzte Ehre, aber es erhob Friedrich den Großen zum Vorbild, als Kriegsherren, der alles aufs Spiel setzte und gegen eine Übermacht am Ende standhielt. Es war der Mythos, der verführte bis in den Untergang. Man fragt sich, was der alte Fritz zu all dem selber sagen würde. Zu dem Mann aus Österreich vor allem, der sich seines Vorbildes bediente. Hitler nutzte hemmungslos den Nimbus Friedrichs für den Machterhalt. Und sein Regime nahm sogenannte Tugenden aus Preußen völlig für sich ein. Allzu viele Deutsche, nicht nur Preußen, ließen es geschehen. Pflichterfüllung, Disziplin, Gehorsam, Treue, Dienst am Staat. Am Ende pervertierte alles. Aber schließlich waren es auch preußische Eliten, die sich nicht zuletzt auf solche Tugenden beriefen und am Ende keinen anderen Weg mehr sahen, als Hitler zu beseitigen. Wenn auch vergeblich, um den Preis des eigenen Lebens. Dresko, Jörg von Wartenburg, Schwerin von Schwanfeld und viele andere. Das sind Namen, die uns ein Vermächtnis Preußens geben, das wir ehren können. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie uns treu. ...